Bevor dieser Lkw losfährt, hat sein Fahrer noch einiges zu tun. Allen voran die sogenannte Abfahrtskontrolle. Bei einem Rundgang rund um das Fahrzeug überprüft der Fahrer, ob alles in Ordnung ist und den Gesetzen und Sicherheitsbestimmungen entspricht. Dabei hilft ihm jetzt eine neue App. Der Fahrer geht um das Fahrzeug herum, bekommt gewisse Fragen gestellt und bestätigt dann, ob die Dinge in Ordnung sind, ob das Bremslicht funktioniert, ob der Reifendruck okay ist und wenn nicht, kann er Schadensfotos machen und kann damit dokumentieren, dass zum Zeitpunkt der Abfahrt alles in Ordnung war. Rund 50 Kontrollpunkte gibt es am Fahrzeug. Jedes Mal werden 10 andere zufällig zur Kontrolle ausgewählt. Das Ganze soll den Fahrern und Speditionsunternehmen helfen. Wir wollen dem Fahrer das Leben erleichtern. Wir wollen, dass er auch die Sicherheit hat, den Fahrzeugcheck täglich dokumentiert zu haben, dass wir die Sicherheit haben, dass er gemacht wird, dass wir Informationen haben über Fahrzeuge, die nicht jeden Tag bei uns in den Hof kommen. Die App hilft vor allem bei der Dokumentation. Im Hintergrund lassen sich damit aber auch etwa besonders verschleißanfällige Fahrzeugteile finden. Im Endeffekt soll sie helfen, Kosten zu sparen. Ich denke, es wird sich rechnen über die nicht anfallenden Ausfallskosten, über die nicht anfallenden Exekutivkosten. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass die Exekutive akzeptiert, wenn der Fahrer die App herzeigt oder die Dokumentation herzeigt, dass der Fahrzeugcheck gemacht wurde und dass es sich dann bei der Straßenkontrolle ein bisschen leichter tut. Den App-Entwickler und die Anwender hat Syncport Vienna an einen Tisch gebracht. Eine Innovationsplattform der Boku und des Hafen Wien. Wir bringen unterschiedliche Akteure zusammen, schauen, wie wir neue Dinge aufdecken können, wo wir sehen, es gibt Bedürfnisse, Bedarfe, da kann man etwas verändern oder es gibt etwas, das jemand erfunden hat, wo es noch keine Anwendung dafür gibt. Und genau dann kommen solche Dinge wie diese App heraus, dass wir eben die richtigen Akteure zusammenführen. Wir sehen, da gibt es einen Bedarf einerseits bei den Frechtern, andererseits bei den LKW-Fahrern. Alle werden dadurch abgesichert, es ergibt sich ein Mehrwert und damit ergibt sich eine schöne Symbiose. Das ist das, was wir tun. Die App wird jetzt einmal sechs Monate in jeweils zwei LKW der Firmen Fans und Mut getestet. Danach könnte sie mit gut 12.000 LKW in Österreich mitfahren.